Bist du auf der Suche nach einer leistungsstarken und vielseitigen Stichsäge, die sowohl robust als auch präzise arbeitet? Die Akku-Pendelhubstichsäge Makita JV001G könnte genau das richtige Werkzeug für dich sein. Als Teil des Makita XGT 40 Volt Systems liefert dieses Modell nicht nur immense Leistung, sondern überzeugt auch mit vielen Features, die speziell für professionelle Handwerker und ambitionierte Heimwerke entwickelt wurden. In diesem Test schauen wir uns die wichtigsten Eigenschaften der Makita genauer an und analysieren ihre Stärken und Schwächen. Die Makita ist ein wahres Kraftpaket unter den Stichsägen. Mit ihrer 40 Volt Max Akkuleistung sorgt sie für müheloses Arbeiten auch bei anspruchsvollen Materialien wie dickem Holz, Stahl oder Aluminium. Der Hubmechanismus ermöglicht durch seine drei Pendelstufen plus Neutralstellung eine flexible Anpassung an verschiedene Materialien und Schnittanforderungen. Das werkzeuglose Wechselsystem für Sägeblätter spart Zeit und Mühe, was besonders in hektischen Arbeitsumgebungen von Vorteil ist. Das Gehäuse der Säge wirkt robust und langlebig, wurde durch den bürstenlosen Motor noch unterstützt. Dies sorgt nicht nur für eine längere Lebensdauer, sondern auch für weniger Wartungsaufwand. Ein weiteres Highlight ist die LED-Beleuchtung, die über eine Dimmfunktion verfügt. So kannst du die Helligkeit anpassen, was besonders nützlich ist, wenn du über Kopf arbeitest oder in dunkleren Ecken präzise Schnitte setzen musst. Das ergonomische Design der Säge bietet eine breite Grundplatte, die für zusätzliche Stabilität beim Sägen sorgt. Zusammen mit dem geringen relativen Gewicht von etwa 2,9 Kilo lässt sich die Maschine komfortabel über längere Zeiträume nutzen, ohne dass es zu Ermüdungserscheinungen kommt. Dank der kompakten Bauform und der verbesserten Getriebekonstruktion ist die Stichsäge außerdem besonders handlich und ermöglicht präzise Manöver auch in engeren Arbeitsbereichen. Jetzt zuschlagen! Gehen Sie einfach in die Videobeschreibung und klicken Sie auf den Amazon-Link, um Ihnen die Makita zu sichern. Auch bei so leistungsstarken Maschinen gibt es einige Nachteile, die wir nicht verschweigen wollen. Hoher Anschaffungspreis, relativ laut im Betrieb, keine integrierte Staubabsaugung und Akku und Ladegeräte nicht im Lieferumfang unterhalten. Trotz dieser Punkte gibt es viele Gründe, warum die Makita eine exzellente Wahl ist. Leistungsstarke 40-Volt-Technologie, Schnittleistung bis 135 mm in Holz, bürstenloser Motor für längere Lebensdauer, werkzeugloser Sägeblattwechsel, dimmbares LED-Licht für bessere Sicht, kompakte Bauform und ergonomisches Design und vielseitige Pendelhubstufen für verschiedene Materialien. Insgesamt überzeugt die Akku-Pendelhubstichsäge von Makita als leistungsstarke und vielseitige Maschine, die sowohl für den Profi als auch für ambitionierte Heimwerker viele Vorteile bietet. Wenn du auch eine Akku-Stichsäge suchst, die dir jahrelang treue Dienste leistet und auch mit anspruchsvolleren Aufgaben zurechtkommt, solltest du dir dieses Modell definitiv näher ansehen. Vergiss nicht, abonniere unseren Kanal, lass einen Daumen hoch da und klicke auf den Amazon-Link in der Beschreibung, um dir die Makita direkt zu bestellen. Zum nächsten Mal!